Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Fits Bees Infinity Evolved Skyblock Expert Mode zusammen mit der lieben Mugenie. Halli und hallo meine lieben Freunde und natürlich mit der liebeste Lens. Hallöchen. Ja und ich habe mir jetzt gerade, während ich anmoderiert habe, überlegt, wir müssen die Laseranlage umbauen. Kannst du mir ganz kurz den Jetpack geben? Ganz kurz, ohne meine Mütter. Weil das Problem ist, wir brauchen jetzt theoretisch Induction Furnace. Und da müssen wir jetzt wieder den ganzen Quatsch machen. Ja, da haben wir angeblich gar nichts von. Auch gut. Wir haben nicht mal mehr einen Furnace. Ich würde gern fünf Stück haben. So, bitteschön. Deine Jetpack wieder. Hä? Also. Du willst nicht wissen, was ich damit angestellt habe. Ähm. Was hast du damit gemacht? Du willst es nicht wissen. Hä? Keine Ahnung. Also, wir brauchen... Was denn? Also, ich bin bunt am Hintern. Und du? Gar nichts. Weil ich dir nämlich dieses Partikel-Customizer-Mann gegeben habe. Also, dass da nichts ist. So, Redstone. Dann... Brauche ich ein paar Circuits. Was? Weil du oft gesagt hast, dass es dich stört, dass du bei Skidgel deine Partikel siehst. Drei... Vier... Du bist komisch. Nein, ich bin Regenbogen. Guck mal, ich pupse Regenbogen. Yeah. Regenbogen, Pups. Oh. Nein, wir haben nicht mal... Ähm... Wie machen wir das jetzt am besten? Was hier... So, davon brauche ich jetzt vier Stück. Die klaue ich einfach. Du kannst mal, äh... Weiterklappen, ja. Ja, nein. Aha. Ich weiß nicht genau, wie wir die Redstone-Anlage vernünftig automatisieren können. Das ist mein Problem gerade. Die Redstone-Anlage? Ja. Was meinst du damit? Ja, diese Redstone-Laser. So, mach mir 100 Stück bitte davon. So, vier Stück. So. Ich habe... Eine davon. Zwei davon. Na, komm. Drei und vier. Gehst du bitte weg. Hahaha. Warum? Dann brauche ich hiervon nochmal... 30 Stück. Was ist? Nichts. Kennst du's, wenn du lachen musst, aber nicht weißt, worum? Ja. Hm. Hi. Ähm. Ja? Nee, warte mal. Habe ich das... Hä? Wir haben fast keine Diamanten mehr. Ja, die sind ziemlich alle, aber... Was habe ich denn jetzt für ein Mist gemacht? Snow. Eins, zwei, drei, vier, fünf müssten das dann sein. Genau. Ach. Mist. Hä, hä, hä. Ja, gut. Blödheit lässt grüßen. Also. Dann... Brauche ich jetzt die Refined Plates. Na toll. Und was soll ich jetzt machen? Na, was denn? Was brauchst du denn? Mal so rum gefragt. Diamanten. Wie viele? Ähm... Zwei, zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn, achzehn. Achtzehn, neunzehundzwanzig. 21, 22, 23, 24, 24 mal 2, 24, äh, 48 Ja, komm jetzt mit der Zeit Dauert nur einen kleinen Moment Ähm Wo kommen die an? Ins ME-System? Ja Okay, gut Das heißt, ich muss jetzt Alloy automatisieren Boah, ich will nicht Also, Iron Plates haben wir Bronze, können wir das schon automatisch machen? Nein Geil Warte kurz Ich mach jetzt mir selber die Regel Wenn ich etwas automatisiere Oder wenn ich etwas crafte Und das brauche, was aber nicht automatisiert ist Automatisiere ich es Okay So Copper Und Tin Wenn ich das beides im Induction Das ist mir etwas reinpackt Passiert da was? Ja, irgendwas passiert da Das heißt, ich habe irgendwas produziert gerade Ich weiß aber nicht was Okay Bronx habe ich produziert Das heißt Das heißt, ich habe jetzt Bronze, was ich im Induction Smarter reinpacken kann Dann Das nächste Wären Bronze Plates Das heißt, eine davon Ergibt eine Platte, die nicht vorhanden ist Äh, da Und da kann ich auch gleich Tin mit reinschmeißen Ah ne, Tin Plates haben wir drüber schon So Bronze Eine Platte davon Äh, Metal Former Da Dann sollte ich jetzt eigentlich alles haben, oder? Ne Tin Machen wir mal eine einzige Ah, wir produzieren viel zu wenig Diamanten Danke Ja Es dauert halt eine Zeit Weil wir verbrauchen die die ganze Oder haben die die ganze Zeit mit verbraucht Und Diamant kriegt man halt nicht so schnell Ähm Ja, ich merke es Dann Einer davon Ergibt ein Advanced Alloy Und zwar im Kompressor Also Alloy Machen wir mal 100 Stück davon Solltest du relativ schnell jetzt hinkriegen Danke So Die Advanced Machine Casings Mach ich noch nicht Da wir da halt die Iron Chip Sets für brauchen Dein Ernst Was denn? Was jetzt? Oh Mist Ja Ich muss jetzt auch die Carbon Plates automatisieren Da wollte ich mich eigentlich verdrücken So Vier von denen ergeben den Also brauche ich zwei Zwei von denen ergeben den Ach, die Plates? Dann So Einmal bitte Carbon Zehn Stück machen Kriegst du schon irgendwie hin Also vierzehn von den Dingen heißt noch zehn left Und Dann Ein Carbon davon Ja toll Habe ich natürlich gar nichts mehr von da Muss das wieder ein Kompressor rein? Ja Wo haben wir eigentlich immer so viele Diamanten verbraucht? Wir haben doch so viele Für die Prozessoren Ich finde es einfach Krass Wie schnell Nö Wir hatten die ganze Zeit einfach nichts So Ein Diamant Wow Bin geflasht Ähm Ne Carbon war das ja Hier Machen wir mal Zehn Stück davon Danke So Darf ich jetzt weiter craften? Äh Ja klar So Das heißt Zwei von denen Hä? Warum geht das Aloy jetzt nicht weiter? Ähm 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 Ich will nicht mehr Ich bin gerade am verzweifeln So Ich habe jetzt eine ganze Folge gebraucht Um Fünf Induction Smelter zu bauen Ein Stück Ja Wow Ah Ist das nervig Also Die kommen jetzt Hier unten dann Warum reiß ich ja nicht immer erst den Quatsch ab? Hui Jui Jui Ich mag mein Jetpack So Ähm Die müssen an sich jetzt wieder auf So Jetzt geht es langsam los Dann Ähm Output Okay Die müssen nicht mal an sein Cool Output Output So Die häckseln jetzt Den ganzen Quatsch hier Klein irgendwann Daraus werden nur die hier oben Dann Müssen wir jetzt Jeder zwei Stück Nein Nachher läuft das voll So Ähm Ach guck mal Die müssen in Endout Always active In Endout Always active In Endout Mal gucken ob das geht Dann von unten brauchen die noch HV Verbindung Ich liebe Immersive Engineering mittlerweile Warum Weil du damit relativ einfach Strom konvertieren kannst Weil die Dinger von Immersive Engineering konvertieren jeden Strom in jeden Strom um Äh ne da wollte ich es hin haben So Ähm Brauche ich noch einen von den Dingern Na Stimmt der geht ja nur so Ich hoffe das klappt Boah was ist los Meine Nase ist ja fast die ganze Zeit dicht So was ist meine Erkältung Ja aber ich muss die ganze Zeit nesen Das ist nicht schön Das ist wirklich kurz Du hörst dich an als ob du überfahren wurdest Ja da hast du recht Hey Was So schlimm ist es auch wieder nicht Ich soll die Wahrheit sagen Ja sollst du Aber nicht so So die Öfen heizen sich auf Dann möchte ich hier gerne eine Chest haben Äh Extract Always Active Und Yay Das nächste was ich automatisieren muss Oder hab ich das schon Ah hab ich sogar schon So Upgrade Machen wir mal 100 Stück davon Keine Redstone Torches Keine Pisten Ja gut Warum kannst du keine Pisten Und keine Redstone Torches Okay Warum auch immer Äh Ein Redstone Mit einem Stick Stick kannst du doch oder Kannst du auch keine Sticks Äh Automatisch Kannst du denn Wood schon automatisch Ja Danke So Zwei von denen übereinander Ergeben die Sticks Dann Brauche ich noch ein Stück Normalen Pisten Und ich krieg einen Pickel Ja und ich nehme auf Ja und Komisches Ding So Es ist doch völlig normal Pickel zu bekommen Kann ich mir jetzt 100 Stück davon machen Nein Weil wir nicht genug Holz haben Dann machen wir bitte erstmal 40 Stück Boah ist das jetzt heute echt nervig diese Folge oder diese Aufnahmesession So Du hackst im Prinzip alles klein Das heißt irgendwann sollte hier unten nichts mehr sein Ja Auf gut Glück dass wir Langsamer produzieren Also Wir haben hier Ein wenig Broken Zeug Muss Wir haben Ein wenig Crushed Zeug Und Ne wie heißt das noch Das ganz kleine Zeug Powdered So Eins Dann Was haben wir noch an Ohr Zeug Ne Dahinter Sind Oder Das Gar nichts Gut Passt Das heißt das im E-System ist auch mehr oder weniger leer Dann habe ich mir eben noch überlegt in der Folge Dann mache ich die Automatisierung morgen fertig Oder Nächste Folge Das Das und so weiter Holen wir nicht mehr raus Weil Der kommt nicht hinterher Und das ist unnötig Strom Der die ganze Zeit verbraucht wird Weil wenn man guckt Wir haben selbst tagsüber zu wenig Strom So Und 900 Redstone noch Also Dann würde ich sagen Wenn ihr es geguckt habt Lasst Kommentarbewertungen da Etc Etc Bis zur nächsten Folge Ciao Ciao Cheerio Bye Ciao Ciao Vielen Dank.